Die andere braucht vier Schläge für einen Goblin. Vier. Das ist einfach heftig. Welche? Die, die ich gerade eben hatte. Die Anfangswaffe. Und der wird direkt aggro. Yo. Ja, gute Nacht. Yo. Heil dich mal. So eine Heilanimation braucht richtig lange. Guck mal. Oh nein, ich muss mich heilen. Ich hab schon angekriegt. Siehst du, wie schnell das geht mit der? Das ist hier diese... Räudige. Weg damit. Aber gleich der Schaden. Oh, oh my goodness. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Oh my goodness. wir warten jetzt auf meine beute oh nein der tausendfüßler der tausendfüßler ich hab mal gesehen wie man den besiegt jetzt ausprobieren bitte ich doch ungern so muss das aber jetzt muss ich auch weg wenn der stinke pups hier mal endlich weggehen oh mein gudnes im green boi aufstehen aufstehen die haben sehr guten loot dabei und ich brauch die unbedingt die 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 Vielen Dank. Das ist mir egal, das ist mir egal, das gebe ich nicht her, das ist mir egal, ich kann es so rumschreiben wie du willst. Ist mir egal, du haust auch mal schnell ab. Hab ich dir nicht was gesagt? aber es ist aktuell zeker. Ja, dann hab's, ich euch nicht geschafft. Mann und ich zieh meinen Helm ab dafür Damit er mir auch Hayabubo auf meine Möne